Hallo, ich bin der Doktor. Umspannwerk quasi? Im Umspannwerk? Ja, vorne auf dem Gelände. Ich schau, dass ich im Berg Richtung Sanatorium hochkomme, dass ich da einen Blick vielleicht habe. Schuss auf dich oder auf mich? Nein, nein. Auf den Spieler. Wo ist er? Auf dem Gelände bei diesem kleinen Häuschen, nicht das beim Eingang, sondern da, wo die Autos davor stehen. Einer. Es sind, glaube ich, zwei. Okay. Ja. Ja, einer läuft unten. Einer ist minus. Der andere ist beim Eingang vorne. Also der eine, wo er rausgelaufen ist, den habe ich. Ja, ja. Der andere ist beim Eingang irgendwo. Er ist bei meinem Eingang, nicht bei deinem. Ja. Ja. Da bei den Autos. Hab den Eingang jetzt ein bisschen in Sicht sehen, aber gar nicht. Aber ich schätz mal, er wird dann... Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ist er beim Joden schon? Nee, ne? Keine Ahnung, er wird es gerade so gut. Doch. Ist bei dir. Hast du ihn? Nee. Jetzt hab ich ihn. Sehr gut. Noch einer unten. Ich bin tot. Du bist tot? Ja. Wo war er? Auf dem Gelände noch einer. Beim Container. Ich glaub, du hast den einen nicht erwischt. Ich hab ihn von der Seite in den Kopf geschossen. Ich hab den noch liegen sehen. Der kam von der Richtung. Ach, Kacke Mann. Das wär... Das wär... Wär jetzt heute schon wieder der zweite Headshot, der wo getankt wird. Also ich lieg oben, ne? Mhm. Ahem. Jetzt hätt ich, da liegt keine Reiche. Ich glaub ich spinnen. Ich glaub ich spinnen. Schlimm ist, der weiß er da noch ruhig bin. Hm. Ungefähr. Halt dich. Ich... Und was hat der Dich getötet, I'n? Ääh... Der 7er PS Munition. warst du direkt unter dem sturmmasten oder weiter links links wenn ich aufs kraftwerk runter geschaut habe war ich weiter links und von dir aus eher links andy grüß dich jetzt ist es auf meiner alten position haben wir gesehen das waren andere aber ich glaube es nicht so Amen. Ja, jetzt kommt was von unten auch noch hoch. Okay, okay. Jetzt. 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 Jetzt.